Nach dem Essen mit Kaffee gewappnet packen wir jetzt auch noch meine schwere Berater-Bestellung aus. Schau, wo das geht. Ich weiß nicht, ob mein Speicher wird jetzt auch an meinem Privat-Handy versagt. Was ist denn? Hä, haben die die Karolose da reingetan? Okay, also ich weiß gar nicht, ob ein Streitpakete bestellt, wollt ihr mal sehen. Das Cover von dem neuen Frühlings-Sommer-Katalog. I love it! Einmal, zweimal und hier das Manche mit dem feinen Feld, wofür ich mir einen Aufkleber erstellt habe. Hier haben wir halt komplett die Hälfte zum Designen. Und hier ohne Band. Okay, nur mit einem Band. Ist egal. Boah, ich liebe den Duft von Zeitungen, Zeitschriften. So, die sind auch meine Oster-Düfte. Riecht mich gleich. Und dann habe ich die neuen Übergangstester mit den neuen Frühlings-Sommer-Düften und die halt wiederkommen. Weil ich habe eigentlich drei Taschen, aber ich habe noch andere, alte Dufte von vorherigen Saisons. Und da brauche ich jetzt nur zwei Säckchen. Ich habe keinen Platz. Und meine Sticker. Ich liebe die. Da habe ich auch schon ein Flyer für erstellt. Beziehungsweise ein liebes Timi von uns, Frau Großengruppe, also von meiner Direktorin. Und das habe ich halt so individuell auf mich angepasst. So, jetzt nicht mehr an den drei Oster-Düften. Der erste ist Lemon Lime Fizz. Lemon Lime Fizz. Boah, das riecht richtig stark nach Zitrone, aber es sagt die Dame ja schon. Lemon Lime Fizz. Ich habe jetzt auch keine Duftbeschreibung natürlich hier, voll der Profi. Könnte ich mal über das Handy aufrufen. Boah, habe ich ja. Ich habe so ein Haarspray drauf. Da sind auch so voll die Schuppen halt da. Einfach wie eine frische Zitrone. Ich rufe jetzt hier mal die Duftbeschreibung auf. Und zwar Lemon Fizz. Vanillezucker bringt die Freude von prickelnder Zitrone und Limette zum Vorschein, ja. Also es riecht wie die einem Bonbon. Das gelbe. Wie wenn du es im Mund hast und drauf beißt und dann das Flüssige in dein Mund kommt. Dann Strawberry Spliss. Das ist was mit Erdbeere und Blume, glaube ich. Boah, ich mag erdbeerige Dufte gar nicht. Ich liebe Erdbeeren so, aber Erdbeeren mag ich nicht. Aber das ist was Blumiges mit drin, ne. Sieht man auch auf dem Cover. Aber es riecht auch so wie Kirschbonbons, diese Bonbons. Ich weiß nicht, aber es riecht ein Durstheim. Erdbeeren Püree, Jasmin und Jasmin abgerundet. Mit helligem Champagner. Dann ist der Champagner das, was mir nicht so passt, glaube ich. Und der letzte ist Peach & Crabfruit Mimosa. Orangene Düfte mag ich auch nicht. Also ich bin nicht so der fruchtige Typ. Peach mag ich Pfirsich, aber jetzt nicht so als Duft. Erfrischende Grapefruit und süße Pfirsichnote mit einem zahlfrühlichen Hauch von Vanille. Also Vanille riecht da gar nicht raus. Boah, das riecht richtig intensiv. Die Grapefruit, also Mimosa, keine Ahnung, was ist Mimosa? Alexa, was ist Mimosa? Mimosa, die sind sind ein Pflanzengatton, unter unterkommenden Mimosen-Wed成 innerhalb der Familie, die sind firin. TüüüüüüüüüüE. Okay, keine Ahnung. Das riecht nicht nach Blume. Den Tuchbein ich nicht. Also das sind alles so frischfrihlinghafte, fruchtige Düfte. Mein Fall ist es jetzt nicht. Boah, was ist los? Das sieht voll schuppig aus. Also ich muss da jetzt gleich einen Filter drüber legen. Weil ich habe dann graue Haare und mein Haarspray, das sieht aus wie Schuppen, Alter. Das sieht nicht so nice aus. Aber ja, wie gesagt, das sind die drei Düfte. Die kann man auch einzeln bestellen. Und dann mal schon durchproben für euch.